Spielen wir Die zweite Hälfte Bin ein bisschen kaputt, weil ich vorhin noch Weil ich halt den halben Tag unterwegs war Aber Alles gut Bisschen chillig Wäre nicht Dave ohne einen komischen Kommentar Jo, dann viel Erfolg beim Training So, wir haben aufgehört Nach Kapitel 9 Und sind jetzt bei Kapitel 10 Paradiso Ein Sternenmeer Ich bin jetzt bei Kapitel 9 Ich bin da schon. Cereza? Die kleine? Bei manchen Szenen bin ich froh, dass ich keine, ähm, Vibrationen habe. Tentacles? Why did it have to be tentacles? Waren wir alle drauf warten, dass wir das machen, ne? Die. 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 Oh Okay War jeder schon? Ansonsten frage ich mich, wo ich das her habe, plötzlich Au Wissen die Ringe mitnehmen Hm Okay, müssen wir wohl ein paar davon auch kaputt machen Wie ich da nicht drüber springen kann, ne? Ja Ja So Dann muss ja nur da oben einer sein, ne? Ein Grabstein Okay Der finde ich aber irgendwie neu Wird mich ja stören, wenn ich rumlaufe und hinter mir so ein Morgenstern über den Boden schlittert Schlittert Oh 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 Hullit für den Modus den ich am wenigsten mag Ok was soll ich jetzt? Schick siehts ja aus Hätte ich da gerade mit einem Schlag kaputt gemacht, ok Achso da gehts nochmal rum zu seiner Treppe Ja 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 Oh ja, ich bin ja doch gekauft. Ich wurde mit dem Code abgelenkt. Was, die Gelände sind so gut zum Schießen, der Brutschüler hat mir das gar kalt beigebracht. Wow, diese Persona-Referenz. Sagen wir mal so, unser Protagonist bei Persona hat ja auch noch nie jahrelang in Schüchten gearbeitet und an Schlafmangel oder einen nicht vorhandenen Schlafrhythmus gelitten. Einzige, was er gemacht hat, ist die Schule aufstellen und vielleicht mal die Nacht durchmachen. Jetzt haben wir schon hier Bosse als Gegner. Alter, Lebensbiken ist kleiner. Jetzt haben wir noch einen Bosse als Gegner. Geht Seite 끝 Theater Was Au Ah, ich guck mal, was ich verpasst Treffen sollte gelernt sein Er kann Treffen, wirklich nicht Ich guck mal, was ich zu sehen Ich guck mal, was ich zu sehen Ich guck mal, was ich mir nicht Ausgewichen durch reinklippen Ah ja Was ist das, die ich jetzt? Und nun, wo sollen wir jetzt hin? Daneben Und jetzt kommen die Schiffe nochmal dran Habe ich trotzdem noch gebrochen? Hm, vielleicht soll ich heilen Daneben 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 Hm Hä? Genau nicht Da hinten ist doch echt Daneben 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 20k, ich müsste eigentlich hier was kaufen können Langsam brauche ich 30.000 um den da oben zu nehmen, aber ansonsten haben wir schon fast alle, ne? Schon mal sehr gut. Bisschen Candy. So, geht's aber. So, geht's? 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 Ich habe mich einfach gegriffen. Ich habe einfach verschwunden. Ich glaube ich kann ihn in der Hexenzeit platt machen. So, wo ist er? Na verdammt. Hätte er klappen können. Oh. 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 mitkommt ok so mal ohne boss irgendwie aber egal mal mehr getroffen als gestern na wo geht es jetzt hin wir dort kardinal tugend der gerechtigkeit kapitel 11 kardinal 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Come on. You didn't cry while I was gone. Did you? No. Good. Bayonetta. No matter how I asked. No matter how many times. You always say the same thing. Come now, Kitty. You know, it was all just... You're so stubborn, you know that? My father. Er war auch ein Journalist. In Wahrheit, er war zweitens der Mann, die ich überhaupt hätte gedacht sein können. Er war beschäftigt mit einem Fall seine ganze Karriere. Ein Fall so witziger, er hat seine Leben genommen. Sie könnten einen Film von den Details machen. Die Follower der Dunkelheit, die Umbra-Witzen. Dann ihre Licht-World-Counterpartner, die Lumen-Sage. Kontrollen alles mit einem Macht known als... ...Eyes of the World. Dann, die Licht- und Dark-Klans plötzlich verabschieden, aus ihrer Medieval Home in Europa. Sie sind mit der Stadt. Sie stehen in der Stadt. Willkommen in Vigrid, 500 Jahre später. 500 Jahre? Sie sind. Each Klan, working in der Behest des Power-That-Be, sought to lead their fractured world towards peace. They both possessed an eye said to have the power to create history that they used to oversee the world. However, their spirit of cooperation did not last. For amongst them, a pair of young star-crossed lovers conceived a child that sent the clans on a path to ruin. The woman was thrown in jail, and the man exiled from his clan. However, the child remained with the Umbra, raised as a black sheep, even amongst the darkness. Since the balance between light and dark had been lost, both clans spiraled into decay. The legend had it, that the two eyes could be united to control reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles between the clans. In fact, it led to their mutual destruction. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story. And I believe it more than ever, now that I've found you. The memory of the clan lingers on, despite the passing of 500 years. What on earth was my father searching for? And why did he have to die for it? I have to discover the truth with my own eyes. That's why I haven't given up my chase for it. Or you. The head of the Ithaval group, the multinational that dominates Vigrid, recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he isn't selling out in the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts by sneaking onto that jet. Huh. Mummy? Are you looking for something? I am. How did you lose it? Little one. Do you have anything you really like? Something really important to you. Yes. This. I love it. Where did you get this? You gave it to me, Mummy. For my birthday. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. The big one fans just need to give it to your r什din heritage Isn't it amazing to you? DERESA! 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 So geht's auch. Walkür und Militärtransporter. Hinten. Hätt mich nicht gewollt, wenn wir außen anfangen würden. Die reißen mir ja den Boden unter den Füßen weg hier. Auf jeden Fall ist das irgendein... Ist das hier die andere Hexe? Wie sieht's aus? Ähm, okay. Äh, so viel sehe ich hier... Jetzt in den Ländern inzwischen wieder am sterben bin, ne? Würde mal sagen, das ist wahrscheinlich das JRPG. Ja! 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 GRÖPON! Ja! Ah, jetzt. Was ist denn da hin? Was ist denn da hin? Hält sie gerne. Was ist denn da hin? Warum so glum? Was ist das Problem mit dir? Nur dein constantes Fretchen über meinen Staten von Affairn. Ich habe keinen Zeitpunkt mit dir spielen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich weiß, wo sie ist! Jetzt! Meine... Aren't we attached to our precious little one? Do you like it when she calls you mummy? You're absolutely delusional. If I leave her, he'll never shut up about it. And his whining is twice as irritating as anything a child could muster. You've quite the tongue when it comes to curling round the truth. And what about you? What are you hiding? Ich glaube, dass ich das falsch bin, aber ich glaube, dass diese etwas für dich bedeutet. Ich habe keine Bedürfnisse für wertvolle Junk. Ich bin sehr bewusst von meiner Aufgabe, aber Sie haben vergessen, dass ich nicht deine Hilfe benötige. Es scheint, dass dein kleine Freund weggekommen ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die beschwert einfach so Motorräder, auch nicht schlecht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Not yet, she isn't ready Um, okay Little one, where are you? Little one, can you hear me? There's ya Mommy, Mommy, Mommy The Razor Mommy I was so scared No crying now, little one You know the rules No cockroaches or crying babies Time to go, little one Hold on tight, okay? Okay Thanks for Hey , Let's go Bye Das war's. Mensch, die geben einem ja gar keine Gelegenheit, hier irgendwas zu machen, ne? Der erste Moment war halt gerade so, äh, entkommen? Was? Mit der Kleinen? Im Kampf? Was? Wann? Wach? Warum? Okay, weiter geht's. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, okay Wird halt nicht besser mit der Verwirrung hier Hm Gucken wir erstmal, ob wir was kaufen können Wir haben ja wieder 30k Ja, okay Alles teuer. Hmm, dann können wir Skins kaufen. Skins sind auch gut. Das für einer? Wir haben also auch nur zwei Fragescheißen bisher. Können wir gleich mal angucken, wenn wir es irgendwie angucken können. Kapitel 13, die Kardinaltugend der Weisheit. Immer noch mein Kind. Was nun? Was nun? Was bald? Was bald? Oh, another talkative type. I don't think I've got time to entertain your blabber. I'd much rather hear it straight from your boss. The witch hunts. Rest, hide, peace. This time an image will pass to play Aodon Twelfth. Two types of voting, who are over Aldi. Gerdan, who are over Kaosko. All of them! Let's go! Let's go! Let's go a couple more. Surfen USA. Seyyy das sieht so für tolle bewegungen auf so kleiner fläche machen kann mal verdammt Oh, Entschuldigung, wenn ich ins Mikro bekomme Ah, das kommt doch schon wieder Weißt du, man muss erstens ein Ding machen und dann kontert die da rum, weißt du Da ist er Hat sein heiles Gesicht gezogen Bei ganzem Bewego ist das gar nicht mehr so leicht Wird man, vielleicht im Moment Nur Oha Wird man die zu spüren Bewego ist das für Span Death Ich schaue mich bei uns nicht überraschend Nein ich bin nochmal Das war's für heute. 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 40k. Das war's für heute. 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 By the way. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Bust da nochmal, I guess. Okay. Bust da nochmal, I guess. das war F-Zero, ähm, nie wirklich, aber, äh, ja deswegen, man kann schon ein bisschen mit, mit Ragnard oder Nier vergleichen hat halt nicht die gleiche, äh, fundamentale Message und so, aber ist ein Hacken-Slash, wo man ist ein Hacken-Slash, wo man viele Genre-Mixes hat und so, ne, äh, kann schon verglichen werden, so vom Gameplay-Aspekt so so Das war's für heute. 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 Zeresa, Bayonetta. Zeit ist der Grund. Das kann nicht länger warten. Zeresa, Bayonetta. Ja. Ja. Umreichste Jeanne. Ja. Okay, das... Ja. Ich und Reaktion, ne? Ich hätte doch eigentlich auch noch, ähm... Ich kann auch andere Waffen benutzen, die ich bis jetzt nicht ausgewählt habe. Gut zu wissen. Ah, ich wollte ja das costume wollen, aber egal. Das ist mit Chain. Mit mir ist das, ja, Cade. Our 목p Reganca, wir sind Henke. Die Reaktion, unten guitars大家好. Das ist чист HDR. Ja, wir sind. Der Herr принnt sich wohl vortex. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. 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 Ich bin jetzt einiger. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist einiger Mann. Das war's für heute. Das war's. Wie praktisch, wir sind wieder alleine vor dem Gameplay-Part. Aber nett, dass wir darauf warten, dass wir fertig sind mit unseren Attacken. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da haben wir es Hier sind sogar menschliche Wachen drin Hat was von der S14 hier Okay Hmm, lecker Na, irgendjemand hier Äh F14 holt Echt, da kam einer raus Habe ich nicht gedacht Ja 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 Was ist das, was ich heute? Muss ich den jetzt besiegen oder ist der nur Zierte? Ich glaub der ist nur Zierte, aber die da nicht Eine Kanone, noch eine Kanone Ich glaube, das ist eine Kanone, noch eine Kanone Ich glaube, ich sollte mich heilen. 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 Ich würde mich heilen. Ich weiß, dass es die Key gibt. Ich weiß, es ist ein Spiel. Dreadful River klickt schon vom Titel gut. Kannst du nur hoffen. Ich meine, wenn sie bei dir abhängt. Warum nicht? Ich glaube, ich würde mich heilen. Ich wollte gerade schon fragen, warum mich das interessieren sollte. Ich glaube, ich würde mich heilen. 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 Ich glaube, es ist ein roguelike. Roguelite. Ja, warum nicht? sagen wir mal generell habe ich auch nichts gegen roguelikes oder roguelikes aber ich mag halt mehr sachen wo du auch so eine overworld hast wie zum beispiel hieß das irgendwas mit bit heroes oder so was so Zelda like war aber ein roguelike das war zum beispiel nicht schlecht weil du hast da glaubt im dritten teil hast du eine oberwelt dann endlich gehabt das war halt cool warum nicht ne ja meistens wenn roguelikes so eine einfach nur dungeon und nichts anderes sind das ist irgendwie für mich persönlich langweilig weil ich mag es halt nach getaner arbeit quasi auch in die stadt zurückzukehren und so was ne wenn du halt nur den dungeon hast ist das ein bisschen doof so so wo will ich überhaupt hin denn da komme ich bin ich da hoch ich kann also nur auf den runden flächen und hier ich bin ich da hin bei so einem level ist manchmal fragt was spiel von allem will ne wo man hin soll ich bin ich bin ich bin in der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, okay. Da will ich hin. Noch ein Fahrstuhl. Ich weiß nicht ganz, was ich gerade vorhatte. Das arme Ürei. Ja. Fühlt sich aber ganz schön viel nah an, wenn wir hier Boss Rush ohne Ende haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war mein So, ins Gesicht Wieso bin ich auch mit Gesicht zu den Dingen angefangen gerade Also, knapper ging es nicht, selbst mit Katzen wurde das, ey Was ist das für ein E.I.? Blimey to the moon Aber wenn wir so weitermachen, so glücklich kommen, Moment, ey Was ist das für ein E.I.? Was ist das für einrig? Kann beides sein Dave Yay, schießen kann ich auch gut Also mich erinnern so einige Sachen an einige Spiele momentan bei Bayonetta Aber es ist okay In Lumenweiser, aber gehen wir erstmal in den Laden Hey, check this out What are you buying? Hehehe, heard that in a game once Beste Referenz im Spiel Beste 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 Es ist eine Bedeutung für deine Erlösung. Es hat alles getan, für die Seite links. Ich habe genug von deinen Philosophischen Vertrauen. Ich werde nicht wieder fragen. Wo hast du die Frau bekommen? Deine Frage hat sich getroffen. Alles hat sich gemacht, um die Seite zu erinnern. Für das, du musst dich wieder sehen. Du bist wirklich außerhalb der Erlösung, Sage. Ah, Erlösung. Such eine Worte curious. Ich markiere den Weg zur Erlösung mit Licht. Jedoch, egal wie brillant diese Licht wird, die Erlösung in der Menschheit wird noch mehr. Licht, Erlösung und Chaos zwischen. Drei Realitäten, einmal geschlossen werden, werden sie zusammengebracht werden, um einen neuen Universum zu entwickeln. In der Bildung der Erlösung. An diesen Enden, um den Festivale der Erlösung, fünf hundert Jahre vor, habe ich die Flamme der Terror, auf die Wächtung. Ansonsten, auf die Menschen, die Erlösung der Erlösung der Erlösung, der Erlösung, der Erlösung, der Erlösung, war der Erlösung. Seitdem, habe ich mich an dieser Stadt verspricht, und jetzt ist es Zeit, für meine Präparation, um die Früchte zu bearern. Jubiläus wird die Erlösung. Wir werden die Augen des Welt, und ein neues Universum wird sie nehmen. Moppy! Ich kann niemals den Mannen hinter diesem Schmerz, Vater, ich kann niemals sagen, Great speech, big guy! Luca! Wir sind ein bisschen vor uns, nicht, Mr. Big Shot, Ithaval, Executive? Salvation, Licht! Sie nehmen diese entrepreneurial-filosophie ein bisschen ernsthaft, nicht? Aber es ist alles Diarrhe des Mund, wenn Sie mich fragen. Die Geschichte ist mit von genocidischen genocidischen wie Sie. Oder, ich würde sagen, von genocidischen genocidischen und Sie müssen sein Luca, ein extraordinarer Journalist. Ich muss sagen, Hey, ich bin wirklich beeindruckt, dass du es so weit gemacht hast, Kind. Wie Vater, wie Sonne, ich denke. Was? Luca, Luca, Luca. Sein Vater hatte Probleme mit meinen... Philosophie. Es ist gut, zu investigieren. Aber wenn die Militärs auszüben, die Welt beginnt zu spüren, muss ich es sehen, dass sie zu einem Sturm kommen. Weil ich ehrlich bin, dass meine lange Veränderung der Bühne war, auf der Bühne von einem Berg. Ich eröffne ihm sein letzter Wille, und eröffne ihm seine... ...Permanente Resignation. Du blöde! Du bist kein Wunsch, aber ich bin kein Wunsch. Ich werde dich sterben, in der gleiche Zeit wie dein Vater. Luka! Luka! Well, ich glaube, dass mein Plan, direkt aus der Wurzung, hm. Such ein Schade, dieses Wunschung war. Aber wenn die Schöne nicht erlösen wird, diese Tragedie wird wiederholfen. In der Tragedie, ich glaube, dass du Jean kennengelernt hast. Während sie dich entfernt und dich von Problemen hat, nachdem sie in unseren Handeln hat, sie war unglaublich sinnvoll. Obwohl sie eine bestimmte Lange von Obedienung brauchte ein bisschen von ... Reprogrammung. Sie Tragedieck hat dich direkt zu mir, nur so wie Blatt. Die Zeit für wunderschöne Augen ist bald. Schau nicht, meine lieben Zwiebel Zwiebel. Schau nicht, Zwiebel. Schau nicht, Zwiebel. Schau nicht, stand tall, mein Kind. Realize your true potential. Cereza, we are one, mein Kind. We are one, 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 we are one. Okay, typischer JRPG Boss, würde ich sagen. Wie viele Phasen hat er? Vater Balder. Auch wenn er gar nicht so bald ist. Okay. Okay. Okay, so cool. Okay, so what are you, next? Okay, so cool. Ich hab den T-Max verpasst du wahrscheinlich Stammtartron 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 Hat er gerade meinen Dämonen umgebracht? mir ist ein Füns oh ich mag Cuties nicht, besonders wenn sie immer was komplett unterschiedliches sind also nicht komplett, aber wir haben ja schon manchmal andere Knöpfe ich hab jetzt mit Spirngen gerichtet oder so Ah Zimba! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Erstmal schön wird ein Lippenstift abgeschossen Oh je! Ich muss dir das Recht geben, Bayonetta. Du wirst niemals empfangen. Du hast nicht gesehen, die halte davon gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich habe genug gesehen. Na ja, das wird es umgekriegt, oder? Nicht noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah! Wenn du etwas liebst, nicht verlierst du es. Verstehst du, kleiner Junge? Du musst es sicher halten, dicht zu deinem Herz. Ich bin nicht mehr Angst, Mutter. Es ist egal, was ich. Es gibt nichts, was ich nicht tun kann. Bionetta! Was ist mit dir passiert? Und jetzt ist es fertig. Das Brot schreit das Licht. Das Drache schreit das Schmutz. Ein zwei Augen, um den Universum zum Gehen zu sein. Es war nicht die Frau, die ich als Bayonetta bezeichnet habe, als Bayonetta aufzunehmen. Es war Sie als Kind, Sereza, die ich gesehen habe. Denn sie war die Frau, die die Welt durch die Innocenten gesehen hat. Und sie war die Frau, die auf eine neue Geschichte geben konnte. Es war ihre Energie, die aufzunehmen. Das ist alles gut. Wir beginnen, Sereza. Die Zeit ist vorhanden. Jetzt wird das Jubiläus geschlossen werden. Wir sind die Augen, aufzunehmen den Welt. Wir sind die Augen, aufzunehmen eine neue Welt. Eine neue Realität. Wir werden uns aufzunehmen, aufzunehmen. Wir sind die Augen, aufzunehmen. Wir sind die Augen, aufzunehmen. all of it's creation's ähm ok diese kann ja nicht einfach sterben leisein element is what you been waiting for danger attack ready fire yay Epilogue Requiem Lass ich mal einkaufen gehen Wir sind zwar halbtot und quasi eine Pupille geworden, aber einkaufen geht trotzdem Kein Geld für nix Ok, einkaufen geht doch nicht, weil ich nichts mehr einkaufen habe Hoffentlich wird jetzt kein Rhythm Game Endboss Die Rhythm Game Endboss Thank God, there's still time Die Rhythm Game Endboss Ich, unser Schmiedszebundes Ich will never fall into the hands of another It is the pride of the Umbro witches Ok Wir spielen jemand anders Ich, unser Schmiedszebundes Ich, unser Schmiedszebundes Ich, unser Schmiedszebundes Hier, bei weitem Ich, unser Schmiedszebundes Ihr Mensch besteht man hat sich jetzt nicht irgendwo zu jucken ja und dann hängt man da in so einem ding fest okay nah John you provided me with many blessings the one and only authentic left eye merely seeing it must der jealousy within you your body must yearn to feel a new universe form around I have no intentions of gazing upon the left eye I am here to reclaim my umbron sister yeah Nyaaah! Nyaaah! Wow, dieses Spiel! Viel Spiel übertreibt! Hart! The trinity of realities will know their real ruler, and time will begin anew! Theresa, wake up! Are you insane? Light and dark! Unless both eyes remain, the universe will lose its balance and face another Armageddon! No! Then this thing should have slept for eternity! Now you must wake up, Theresa! 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 Therese! 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 All the strife, all the struggle, the trinity of realities wrapped up in a vortex of creation. Okay. Rest, my friend. I'm off to get that black cat. I'm off to get that black cat. I'm off to get that black cat. Lava. Liebe Lava. I'm off to get that black cat. I'm off to get that black cat. I'm off to get that black cat. Let's get that black cat. I'm off to get this black cat. 5 Gewicht! Nochmal das gleiche, nochmal das gleiche. Jetzt mal mit Eis. Jetzt mal mit Eis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe das Gefühl, sie mag uns nicht Ich habe das Gefühl, sie hat mich nicht Das war's für heute. Ja, das war's. ne die fahrze haben wir nicht so habe ich auch noch bekommen ok so 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 zu spät so so hab ich dich so 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 wertung pfeifen halten wir uns erstmal kurz nur zur sicherheit wo ist er nicht beim letzten lebensbalken jetzt verderben jetzt geht es um Das war's für heute. Ausweichen ist auch bescheidbar, Bambi, ja. Ey, weich doch mal aus! Gehto! 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 Die Welt ist weg! Erkrank 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 ist weg! Infiniton! Erkrank ist weg! Also ich soll nicht jeden mitnehmen, sondern direkt in die Sonne verfahren! ok Nu, ich hab nicht mitgezählt es sind sehr viele gewesen ok, die Planeten dürfen wir nicht mitnehmen schade wir sind jetzt hier fertig 5 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 6 6 7 7 8 9 10 12 14 15 15 Ah, ich bin doch einfach knapp vorbei gewesen Spiel, please Naja Nochmal Okay, normal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Huh? John! Ich bin okay! Let's go! Just stay close to me! Okay, this is getting ridiculous. How do you keep surviving all this? I bet you're trying to sneak up on me right now. Aren't you, Bayonetta? Well, no rest for the wicked, but at least she's at peace. Back in the box she came from. And I guess I'm gonna have to find a new racket to line my pocket. No bonus for old Enzo this time. As fucking usual. You know how it works with witches, Enzo? They make a deal with the devil. And when they die, the devil gets his due. You get set down in hell and wandering around scared shitless for eternity. Kinda comes with the territory. Why are you telling me this? Is this not why we are standing here? Praying for her soul to rest in peace? I better not be out here catching a fucking cold if these prayers don't mean nothing. It's nice to think your prayers are worth a damn, isn't it? You ain't a killer exploiting her. Hell, you never know. She might get lonely and come back to haunt your ass. I said I'd never give up chasing you. I just never thought the chase would end like this. Rosemary. You said it was a demon repellent. Might help you on the road ahead. Hey. 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 Wait a second. What the hell are they coming down here to get her for? Of course they'd come for the prize they've been seeking all along. Holy shit. You're... this looks ridiculous on me. I swear, this is the last time I cost them. Das war's für heute. You're fucking kidding me. You're telling me she's... Un-fucking-bleivable! Morning! What was shoving me into this filthy old basket? And next time some air holes would be nice? Fewer words on you. Save the chit-chat for later. We've got work to do. 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 Okay. 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 Das Spiel hat sich eigentlich kräftig in Ruhe lassen können Ja, das war auf jeden Fall sehr ungewöhnliches Spiel Und es will ja partout nicht aufhören gerade War auf jeden Fall ein Trip war das Im Grunde genommen war das ein Trip Okay 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 Wir haben es mal gespürt Okay 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 I love you. Zeka. Zeka. Die letzten paar haben wir halt keine Dinger mehr bekommen. Halt rein, du kommst grad zum Ende wie du siehst. Glückwünsche. Okay. Jetzt kann ich mir so ein tolles Bild mit den ganzen Sachen ansehen. Warte, Ed Boss kratzt das. Ne Victory Pose. Wow. Okay, the world of Bayonetta. What's happening? What's happening? What's happening? Dance video. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020